Ich mache ein Beyblade in real life. Oh ja, ein Ergasmischer-Beyblade. Nein, ah! Ich fick deine Mutter. So, los geht's. Oh, ich wette, was kommt, Mann. Oh, fuck. Ich bin schon tot. Warum spring ich da rein? Au. Skill, wir haben einfach alle Optionen in Anspruch genommen. Nein. Oh Gott. Das ist einfach Gameplay. Ah! Oh! Wie hat das gesucht? Der Warlock Punch von mir macht nur noch 24 damage. Eben hatte ich einen, der hat 21 gemacht in der letzten Runde. Ich habe keine Ahnung, wie viel meiner macht. Warte. Au. 20. Uff. Oh. Ich bin schon tot. Was? Weil ich es einmal nicht recovered habe. Du hast nicht vielleicht einmal so gefistet? Wie mich jetzt? Alter, wie's hell. Ich habe noch nie so einen Sten-Wordock-Punch gesehen. Ich schon jetzt. Ja. Mal gucken, ob der irgendwann nur noch 10 macht. Aua. Bestimmt. Off-Stage. Wenn Angriffs stale sind, wie regenerieren die sich eigentlich nach der Zeit oder nur, wenn man stirbt? Wenn man andere Angriffe macht. Ach so. Oh Gott. 17. 17. Warum spring ich da rein? Ja, ja, ja. Quajutsu-Fair ist schon stärker. Junge! Das Ziel ist noch einen... Einen Worn. Das macht einfach kaum Schaden. Alter. Oh Gott. Was ist mit dieser Armour los? Jawohl. Ah, diesmal. Ich comeback das noch. Okay. Das ist ein huge trend. Ihr seid so gute Spieler. Alter. Erstmal im Parry flexen. Das war einfach 5 Minuten lang, dass wir uns einmal treffen. Jawohl, Hit. 22. Jawohl. Comeback ist on. Oh Gott. Nein. Nein. Dieser, das ist einfach Game-Mode. Da müssen wir mal ein Koopa-Castle-Tournament machen. Only Gendorf Mutual B. Ich wäre dabei. Ja, dann komm auf den Koopa-Castle-Tournament. Warum bist du da eigentlich noch nicht? Keine Ahnung. Ich bin fett. Irgendwie bald das nächste Turnier ist ein normales. Danach gibt es aber erstmal eins mit Only Beast Ball als Item. Nur was? Beast Ball. Dieser komische Base Ball. Das ist mit Abstand coolste Item im Game. Ah, der ist nicht so teleportiert. Ich kenne die Items kaum. Ich weiß nicht, was da machen. Ja, das ist extrem witzig. Da kann man richtig toll komponen. Ja, ich habe da auch schon so dumme Scheiße mitgemacht. Das ist einfach das beste Item im Game. Au. Au. Ich wurde einfach doppelt getroffen. Ich wollte gerade sagen, wir haben gerade Noah beide gewarlock puncht. Kann das sein? Mich auch. Au. Oh Gott. Digga, vor allem wenn mich die Side-Bee getroffen hätte, dann hätte ich los gemusst. Nee, die habe ich aus Versehen gemacht. Ich wollte eigentlich auch einen Usual-Bee machen. Ich habe die beste Option, um wieder an die Ledge zu kommen. Alter, die ist krass. Nein, Scheiße. Auf zu Side-Bee, du schwangeres Nilpferd. Ich wollte Noah einfach reinschieben. Oh. Hoppla. Na ja, ich habe sowieso kein Damage mehr gemacht. Ah! Oh! Digga, das ist so scary. Wie habe ich mich... Das war synchron. Au. Alle Last Stock. Das Ganze ist immer so even. Sagst du gerade even? Im Kampf davor war Noah tot, als ich noch zwei und du drei hatten. Au. Oh. Scheiße, die Arme. Okay. Yes! Ich lutsch an meinem Auge. Das schmeckt gut. Oh, ja, geil. Augensaft. Das nennt... Augensaft. Excuse me, what the fuck. Ich wechsle mal wieder. Das ist ja auch von Seitenbacher. Das ist ja auch von Seitenbacher. Ja. Ja. Ja, alles ist von Seitenbacher. Hm. Sogar Krombacher. Deine Mutter ist auch von Seitenbacher. Seitenbacher. Denn die habe ich bestiegen wie so ein Berg. Ich bin nämlich ein Seitenbacher Bergsteiger. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Digga, ich schalte mir jetzt einfach random die Audio anklatschen. Bildhintergaben. Top-Video-Content. Was ist denn das? Schick dir... Schick das mit dem Bergsteiger in der Eskültigkeit. Ja, das muss ich nochmal im Video gucken. Ich erinnere mich nicht mehr genau dran. In die Zitate. Nee, einfach den Audio-Clip. Okay. Ja. Kann ich dann ja einfach rausziehen, alter Team-Kombo. Ich ziehe noch was Geiles raus. Vor allem, warum bist du Hurensohn schon wieder auf Fer... Ich bin halt fett. Einfach nur, um mich seelisch fertig zu machen. Ja, diesmal versuch's bei Christian. Kombo's. Ow. Oof. OOOH! Oh fuck. Nein! Au! Ich hab mich gefistet! Ja, fisten sie. Nein! 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 Alter, von der Respawn-Plattform! Suicide Badass. Wenn's halt zumindest noch was gebracht hätte. Alter, Kombo. Äh... Ich wollt'n Noah grabben, aber... Juckt ja nicht. Jawoll! Das erste Mal jetzt. Au! Ach, der Kick ist schon wieder tot. Stimmt. Wenn man sich von der Respawn-Plattform selber umbringt. Warum hat der Musen-Sweet-Spot, der so groß ist wie Noahs Schwanz? Er ist nicht existent. Er ist nicht existent. Prost. Eben. Weißt du, worauf ich Bock hab? Worauf? Vorbestell, den? Vorbesteller-Bonus? Der mir auf gar keinen Fall den Sieg verbauen wird. Das ist kein Suizip... Oder du kriegst einfach ein Stachelball in die Eier. Jees, ich hab ne Idee. Oh, das ist ein... Scheiße, ist der Reflektor stark. Niemals vergesse ich das. Hui, der sendet den perfekt wieder zurück. Mutual! Alter, was macht ihr da? Skill haben. Ja, merkbar nicht. Ich bin gut! Worth it. Absolut worth it. Ich hab dich einfach outplayed. Ich sag nur, absolut worth it. Hä? Eigentlich nicht, aber... Das war ja nicht mein cooler Kill von dir. Dann hätte ich auch worth it gesagt. Aber so wurdest du einfach nur vom Besten outplayed. Hey, freust du dich auf Felkenpunch? Schwanz. Ach, der finale Felken-Schwanz. Felken-Schwanz. Das ist eine coole Alternative dazu. Das könnte ja aus Family Guy sein. Wir müssen das noch ein bisschen orgasmischer sagen. Felken-Schwanz. Nein, nein, kurz. Ich brauch kurz... Ich brauch kurz Ruhe. Wir machen alle drei nacheinander unser Bestes. Wer will anfangen? Mach du. Okay. Ähm. Fel-i-Schwanz. Das war schon sehr orgasmisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das besser kann. Wer macht als nächstes? Ja, dann mach du mal. Okay, warte. Fel-i-Schwanz. Fel-i-Schwanz. Schwanz, nicht Hand. Schwanz. Ja, nochmal von vorne. Er ist Suizid. Yay. Fel-i-Schwanz. Sehr gut. Noah, du bist dran. Fel-i-Schwanz. Das kam übel abgehackt durch. Ach, scheiße. Wie wurde ich getroffen? Yay, Hitbox-Extension. Werde einfach Felken-Main, nur um dich zu nerven. Digga, da geh ich nur noch mit Cable gegen dich rein und counter deinen Felken-Punch. Fick-Brot. Mein Felken-Schwanz. Fel-i-Schwanz. Hu! Oh. Ich rieche schon... Oh. Ah, hätte das getötet. Ich rieche schon, dass hier gleich eine geile Team-Kombo kommt. Ich weiß nicht, wie, aber gleich kommt hier eine geile Team-Kombo. Team-Kombo. Ich hab's einfach in den Eiern. Äh. Sag dir der Osterhabe. Ha. Was? Ha. Ha. Ah, ja. Der Felken-Schwanz. Also jetzt hab ich mal einen anderen Felken-Punch. Imagine meine Neutral-Bears einfach besser als beide eure Charaktere zusammen. Wolf. Ja. Top-Tier. Ja, Digga. Plant Neutral-Bears auch Top-Tier. Alter, da war die Team-Kombo. Da war die Scheiß-Team-Kombo. Plant Neutral-Bears auch Top-Tier. Der Rest sorgt nur dafür, dass der Charakterear eher mit ist. Mal so ein Little Mac Down Air ist ja auch Top-Tier. Ja. Nur der Rest vom Moveset zieht das so runter. Genau. Genau. Vor allem kann es sein, dass das tötet einfach. Ja. Kann es sein, dass irgendwie auch Plant Neutral-Bear eine der einfachsten Attacken ist, um Team-Kombos mitzumachen? Weil man die einfach gedrückt hält, schlägt wen anders rein und yay Team-Kombo. Ja. Einfach fertig. Piranha-Pflanze ist kein Charakter, das ein Stage-Hazard. Ja. True. Oh, ja. Schlaggie-Laggie. Wingardium, Olivia-Saw. Ich weiß, was ich jetzt mache. Kinderschänden? Ja, das auch. Und sonst? Kinderschänden. Ja. Oh mein Gott. Oh nein. Suizid. Suizid wieder. Suizid. Wup, wup. Warte, wer ist denn auch mal der Gelb? Äh, Donkey Kong. Äh, Xingxiong, Mashlong is long, glaube ich. Ach so, Xingxiong, Mashlong is long. Au. Du, du, hier kommt der Selbstmordzug. Au. Team-Kombo. Ich bin einfach nur in Falcon Punch gestorben. Ich bin einfach nur in Falcon Punch gestorben. Ja, was soll Chrome dagegen machen? Du wurdest auf Null Google Chrome. Ge-throwed. Sekunde. Nö. Wow. Ich hab trotzdem noch zwei Stops. Ach, der ist ja schon tot. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ich krieg' Anfälle, wenn ich einen Falcon Punch seh. Das ist gut so. Au. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße. Der taggt das einfach nicht. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Du drückst einen Shield-Button, wenn du an die Wand knallst. Leut. Alter, er drückt noch was anderes, wenn er die Wand knallt. Lass dich doch davon treffen. Vorhin hab ich das schon mal gelandet. Da war ich Lindenberg. In dem Kampf, da hätte ich auch, ohne dass du was gemacht hast, verloren. Das stimmt. Bist du landenbar, weil ich würd gern mal landen. Oh Mann. Ich find das lustiger, als ich sollte. Es kam grad einfach so behindert, out of context. Noch so wunderschön ausgesprochen alles. Guck mal. Mann, ich wollt Christian festhalten. Komm, Teamcombo. Ich wollt dich Falcon punchen. Oh Gott. Au. Ich hasse deine Mutter. Okay. Von innen, was? Selbstmord. Du, du, der Selbstmordzug. Gute Rolle. Den Selbstmordzug merke ich mir, das ist wunderschön. Die deutsche Bahn hinterlässt keine Spuren. Ja, das ist aber kein Selbstmord. Das ist einfach nur Mord. Ja, so sieht's aus. Stimmt, es sieht aus wie ein Selbstmord. Ja, die hinterlässt ja keine Spuren. Ja. Ja, Teamcombo. Au. Verpiss dich. Nein, au. Du kannst das taggen. Ja, fick dich. Okay. Das kannst du nicht taggen. Danke, Abi. Einfach keine war. Waren das die Letge Traps? Sag, sagst du, das war's? Das war's. Oh, ich wurde abgenudelt. Ich hab einfach Spiel. Ich wurde abgenudelt. Das Sinnvollste, was in Smash passieren kann, ist einfach, wenn du, wenn Krom gegen Dara'in kämpft, Krom verliert und trotzdem mit Dara'ins Winscreen auftaucht. Je. Ja, ist auch, wenn Mario gegen Piranha-Pflanze kämpft, ne? Okay, der wird da zumindest umgebracht. Den Winscreen von Piranha-Pflanze kenn ich gar nicht. Echt nicht? Hab den DLC-Kämpfer ja nicht. Achso, den Vorbesteller. Vorbestell-Bonus. Vorbesteller-Bonus! Geil! Alter, Vorbesteller-Bonus ist Smash. Moment. Piranha-Pflanze ist Merkel? But that's just a theory. A game theory! Okay. Damit beende ich das Video. Weiter nächstes. Alter. Alter. Ach, ich sitze auf meinem Handy, deswegen kann ich's nirgendwo finden. Ich hab mal zwei Stunden lang mein Handy gesucht und da hat meine fette Katze drauf gesessen. Meinst du damit jetzt deine Mutter? Nein. Achso. Schade. Kann ja sein, dass du mit deiner fetten Katze deine Mutter meinst. Manchmal damit meine Katze ja eigentlich gar nicht so fett ist. Deine fette Katze ist deine Mutter. Yes! Yes! Okay. Das hat auch Null getötet! Komboet euch! Paart euch! Äh. Paart euch. Ich paar mich gleich mit deinen behinderten Hamstern. Nein, das darf nur ich. Hui. Oh nein. Ich spiel gegen zwei Charaktere, die alle jetzt gerne Selbstmordkills machen können. Ach nee, Donkey Kong ist nicht auf Walk-Off. Hä, vor allem Donkey Kong bringt sich da nicht selber bei oben. Ja, wenn ich's, mach schon. Ja, weil du bad bist. Ich habe the Gameplay. Ich auch. Oh, mir fällt gerade auf, ich hab ja ein Konter. Egal, ich brauch den Konter nicht. Weißt du, was du aber brauchen könntest? Ähm, warte eine Sekunde. Ähm. Ähm, noch eine Sekunde, bitte. Äh. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Tags. Easy. Ja. Mann, ich bin einfach so ein guter Spieler. Ich wechsle wieder. Ich auch. Christian, du auch. Ja. Hey, ja. Jetzt wächst immer zu Alk. Ja, sondern bist du Franzose, weil ich würde gerne nicht heimarschieren. Halt die Fresse! Was zum... Wenn, dann musst du dann schon sagen, bist du Frankreich! Ist mir egal. Du geistig behindertes Stück. Wurstbrot! Ich marschiere in alles ein, was irgendwie mir Frankreich... Ey, bist du ein Brot, weil ich bin mir lustig. Alter, wir spielen jetzt einfach drei Heavys. Versteckt, lieber Gets. Ich komme für euch. Die hat die drei schwersten Charaktere im Spiel. Carol Ridley und Pummelov. Oh. Oh. Oh, mir fällt gerade was auf. Was? Dass du fett bist. Du kannst... Du kannst... Ich weiß nicht, geht das noch? Einschläfern und dann Downby? Ah, ja! Nee, das geht nur noch einmal, leider. Das geht nur noch einmal. Also einschläfern Downby einmal, aber man kann es nicht mehr endlos machen. Also mir ging das früher, dass man mit Pummelov einfach einschlafen und dann Ridley Downby spammen. Also immer wieder das machen, meine ich. Ja, also Pummelov schläfert ein, Ridley macht Downby Sweetspot. Und bevor man sich wieder bewegen kann daraus, konnte Pummelov noch einen Sing treffen und den Gegner wieder einschläfern und das konnte man endlos wiederholen. inzwischen, äh, funktion... Oh mein Gott, ich hab dich gerade mal ins Bike gerettet. Ich glaube, das funktioniert mit Pummelov immer noch. Mit K. Rool Down, Fro, Ridley, äh, funktioniert nicht mehr. Können wir das mal ausprobieren? Ja. Ja, dann mach halt. Äh, das Spacing muss schon passen. Es funktioniert! Ja, oh mein Gott, nein. Ja, mach ich mal auf 999. Ah, nee, es funktioniert anscheinend nicht mehr so. Schade. Nee, ich hab einfach das Timing verpackt, glaub ich. Christian. Ah. Ja, es kann sein, dass man wirklich nicht in so kurzer Zeit mehrfach das hitten kann. Irgendwie so eine Änderung gab's, um eben sowas zu nerfen. Trotzdem, Team-Kombo. Trotzdem kann man mit Pummelov... ...decken sollen. Pummelov ist einer der besten Charakter... Ich wollte aus... Ich wollte aus dem Cannonball den Rest hitten. Sekunde. Ja. Nein. Schnell. Geht. Ja, so in einer halben Stunde. Ja, wir haben... Hey, du warst so... ...schon fertig, als ich hier hochgekommen bin. Ich bin, by the way, sehr gut mit, äh... ...Wird Lee. Ach, scheiße. Ich glaub, das muss ich aus dem Video rausschneiden. Da hat man's wahrscheinlich noch gehört. Was denn? Man hat nur Ja gehört. Ja, ich weiß, dann... ...bei euch. Aber ich hab ja ein Video am Laufen. Sollte man da nicht eigentlich genau dasselbe hören? Nein. Weil ich mich auf Discord ja gemutet hab. Ach so. Apropos... ...je Scheißkinder. Scheißkinder. Krasser Disrespekt. Ja, Digga, du machst jetzt... ...Kumbag. Oh. Oh. Tja. Hm. 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 Ah. 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 Ah ja. Nein. Tschüss. Ich hab... ...ich hab kein Wort verstanden. Ich hab nur laute Geräusche gehört. Ja, das war ein Kickerfeier. ...schöön. Ey Leute, Acemeer. PK Fire. Oh nein. Hm. PK Fire, Acemeer. Ja, mach doch mal... ...mach doch mal... ...so ein Hörspiel habe eine Acemeer-Version. Ey, mögt ihr den Back-Air? Ja. Ich muss draus kombon. Du lebst sogar. Ja. Au. Gönnung. Bruh. Au. Fick dich. Fick dich. Stark. Man nennt es Skill. Ich weiß, was ich mehr machen muss. Oh Gott. Oh nein. Siehst du, kaum euch auf näher zu drücken, wäre ich getroffen, weißt du? Digga, ich hab auch nicht die Range, um da was zu machen. Und Noah ist einfach zu bad. Ein Batman. Sexy Batman. Willst du ja auch machen. Ach, der ist schon wieder tot, der Keck. Au, er hatte zwei Feck. Ja, der Keck auch. Ne, ich hab noch nen Stock. Ich sollte vielleicht nicht K-Rule-Down-Smash mit Pummeluf schilden. Doch, so heißt es du. Ja, mach mal. Ich trete ihn. Aber noch besser ist, wenn du Bowser-Down-B-Shield hast. Das geht schwer, wenn ich gegen K-Rule spiele. Doch. Jetzt geht's. Ah. Scheiße. Mann, ey. Bist du echt so bad, oder siehst du nur so aus? Sieht aus wie Marcel Davis. Deine Mutter sieht aus wie Marcel Davis. Leider für Kundenschwängerung. Hä? Okay. Leider für Kundenschwängerung. Bist du schon bei einer Samenbank, oder was? Nein, bei 1&1. Ja, hast du noch nicht gemütlich bekommen, dass die das jetzt auch machen wollen. 1&1 verkauft DSL-Modems und Noten. Okay. Okay. Man hat nur so ganz kurz was abge... Ja, ja, jetzt counterpickt er meinen Pummeluf, der Hurensohn. So Cina counterpickt er alles. Nee. Cina countert alles. John Cina countert alles. John Cina ist mir nicht aufgefallen. Hilfe. Ah, er back-ehrt. Oh, nicht zweifle. Er ist zu mächtig. Kannst du bitte aufhören zu back-ehrern? Ja. Ja. Halt den Maul. Sag doch gar nichts. Er hat gezweifelt. Ähm, so funktioniert das nicht, Noah. Doch. Jetzt schon. Als ob mich das tritt. Einfach durch. Mein Schild durch. Ich wurde grad durch ein fettes Krokodil hindurch getötet. Kombos. Tag das Ohr. Tag das Ohr. Ich tag deinen Ohr. Ah! Er dreht sich. Hilfe. Hier ruft halt. Du darfst nicht zu drehen. Gredien joint. Man wird das auskommeln müssen. Es geschehen Dinge. In der Tat. Jetzt kombot euch! Oder paart euch! Mir egal! Deine Mutter. Ja, mit der paare ich mich regelmäßig. Näh. Oh Gott, er hat gezweifelt. Team-Kombo. Ja, ja. Ist auch schlecht. Er macht den Christian. Ja. Er macht den Christian. Der Turnaround. Er hat uns einfach beide getroffen. Ja, so halt. Ach so. Kombo. Dann halt nicht. Scheiß Kind. Kombo. Ich dachte kurz, wir sterben beide. Das wäre super gewesen. Du hast nur, schlag dir nur Hoden kaputt. Nein. Ach, warum du durfst einfach nur ein riesiger Hoden? Ja, sag ich doch. Dein hässlicher linker Hoden. Ach so. Scheiße. Deine Haare. Ha. Ich schlafe auf dir. So wie ich mit deiner Mutter letzte Nacht. Ha, ha, ha. Comedy. So, ich glaube es. Ich muss dir noch einen Strich hinzufügen. Ich wechsle dann wieder. Du musst mal auf den Strich gehen. Ja, ich muss auf den Strich gehen. So wie deine Mutter letzte Nacht. Komm, lass alle random gehen. Ich habe nur noch ein paar Kämpfe. Okay. Äh, und nicht nur gestern Nacht. Da war einer im Discord. Da war hatten wir ein Jetzt. Egal, ist das falsche Datum. Ist trotzdem... Egal, Hauptsache Mutterfiken. Einer so und der auch. Sag mal, ihr in Japan esst Magi, oder? Nee, sag ich. Knorr ist viel besser. Da ist er auch schon weg. Alter, ich spiel mal ein Man. Hat die Schnauze. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Alter, Fußball. Nein. Wir haben geahnt. Fußball. Nein. Übrigens, Noah macht immer einen SQ-Tier-Tag. Ja, stimmt. Muss ich noch machen. Und kann es eigentlich sein, dass du immer so die Charaktere für einen ganz großen Spielspaß bekommst? Ja. Aber ich bin erstaunt, dass ich nicht Ice Climber bin. Das habe ich nämlich auch oft. Und ich hasse Ice Climbers komplett. Ich hasse vor allem gerade Christians Ice Climbers. Ja, ich habe es irgendwie wohl gedieselt. Und was macht man da, außer Sidebeats zu spammen? Ich bin breit. Wo ändert man den Namen eigentlich? Ja, einfach vom Nutzer musst du den ändern. Okay. Oh, das war der falsche Ice Climber. Ja, das erste Mal, dass ich mit Samos Abi irgendwas gemacht habe. Ich will eine Team-Kombo jetzt machen. Ich rieche schon, hier kommt gleich eine epische. Aber weil ich ihn einen Ice Climber hatte, konnte es nicht becovern. Kannst du vielleicht mal sterben, Noah? Nö. Oh, scheiße. Ich habe ja gar keinen Sprung mehr. Das ist natürlich... Oh, ich habe ja gar keinen Sprung mehr. Hä, wo war halt diesmal der zweite Sprung? Äh, wo war mein Sprung? Ich habe einfach so viel Skill. Ich muss nicht mal was machen und die Gegner sterben einfach. Team-Kombo. Jawohl, das reicht. Team-Kombo. Du hast Kombo dich selbst. Okay Achso, hab mich mit dir verwechselt Sorry, fick dich Hat Samus eigentlich irgendwelche Kommos? Ja, Samus kann echt ein guter Charakter sein Aber alle spielen die immer nur als Camper Fasst ihr auch gerne Männer-Titten an? Äh, nee Oh gut, ich dachte schon, ich wäre Dark Samus Hui, ich bin top tier Jetzt bin ich Furry Samus Äh, was? Lucario ist nicht ganz Furry Samus Dann erklär mir mal einen Unterschied Ja Das Commentary ist wieder ganz extrem gerade Das ist schon nice Alle am Tryharden mit ihren besten Charakteren Ja Au Einfach Camplastet ins Gesicht Äh Okay Gute Rolle Ähm Nein Ich hab Noah gelesen Ich lese dir gleich ein Noah war das schlechteste Buch, was ich jemals gelesen hab Haha 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 Geh dich umbringen Jawohl Ich hab ihn drin gehalten Und wir hatten ein kleines Scheißteil Das gerade zerstör Ah, endlich Wir hatten eigentlich ein seltsamere Recover wie Lucario oder Ridley Lucario Lucario Worth it Eigentlich nicht Aber ich sag das einfach um mich besser zu fühlen I have crippling depression Highest skill Ich spiel Pikachu Da brauch ich natürlich ganz viel skill Ah, ich dachte das trifft Kannst du jetzt bitte mal Warum lebst du besser Das heißt kein Drap Das ist neutral tilt Danke Guck mal Ich schlag meinen Schwanz ganz schnell auf den Boden Alter, geil Ich mach's jetzt auch Haha 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 Nein Nein Ich gewinn das noch Safe Krasser Read Ja, danke Ach, Klaus Guter Move meinerseits Skill Ja, sehr viel skill Du wurdest outschwänzelt Ich dachte, das machst du immer mit Yoshi Ah, das sowieso, Alter Da wird heftig geschwänzelt Letzter Kampf jetzt Okay Alter, hoffentlich wird's was Gutes Und der ist auch der Game Watch Haha Komm, Alter Jetzt so richtig schön nochmal Palutena Oh Oh Ja, geil Mega Man und Richter Geil Ich spiel Mega Man Cool Dieser Enthusiasmus Und ich hätt lieber Mega Man Also ich würd lieber Mega Man spielen als Richter, sag ich mal Ja, ich hab auch meinen Spaß, wenn ich Während ich so A-Sperme Das Ist schon interessant Ich spam Ich spam gerade schön B Ist auch gut Will wer reinrennen Ich muss einfach mal Tipp halten Ich bin tot, weil die Cowboy ganz toll ist Du musst den Tether benutzen, du Sau Auf Deutsch, du machst eine Forward Air in Richtung Ledge Oder Back Air Je nachdem halt So Scheiß Oder eine Schwanz Air Meine Lieben Oder ich geb's einfach Das ist genau Hm Interaktion Äh, warte, ich werd gefurzelt Du bist übrigens tot Scheiße Oh, schon zum dritten Mal Ich hab richtig Bock auf ein 1v1 gegen Mega Man Ach, der Mega Man macht eine gute Run Schön Ja Ja Ja, ich hab da keinen mehr Äh, doch Ist aber dieselbe Attacke wie Jab Und F-Til Ja, ich wollte gerade näher oder auf Sheet machen Aber dann ist mir aufgefallen Warte Ich hab deinen Hund missbraucht Ich hab keinen Hund Deine Down-V Äh, App-V Du hättest sagen Die sollen ja genau deswegen Ja, ich hab ja nicht gesagt Ich hab ihn geklaut Also ich sagte nur Ich hab ihn missbraucht Bei Hamstern ist das so Das sag ich auch immer Ich hab bereits von jedem Einen Hamster geklaut Menschen, die denken Sie hatten ja einen Bei denen war ich besonders erfolgreich Ja Ja, warum hat Warum hat mein Bruder dann noch einen? Ähm Der ist eine Fälschung Achso Stimmt, ich hab ihn heute auch noch nicht gesehen Das ist auch nur ein Spionage-Roboter Spionage-Roboter der Regierung Ich arbeite nämlich ganz, ganz eng mit Bill Gates zusammen Achso Ich drehe mich Schön, ich geh mich erhängen Ah 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 Guck mal Schwanz nach oben Cool Ah 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 Ich bin noch schön reingeschwemt Nein Fick Das hört sich jeder Snake-Mane 24-7 an Das ist schön Ich bin froh, dass ich kein Snake-Mane bin Ich schick gleich mal in Discord das Video dazu Das ist fantastisch Please no Hast du gesehen, wie ich dich outplayed habe? Ja Oh Ah yes Hitbox Ja Oh, richtig schön Wir machen jetzt noch einen Weil das war definitiv nicht der letzte Wenn Richter oder Mega Man bei Random rauskommt Dann ist das einfach Den Kampf gibt's einfach nicht Na doch, du Richter Bowser Gendorf Das geht noch zum Beispiel Ja, stimmt Ja, aber beides in einem Alter Hm Oh, Bowser Nice Oh Gott Hi, I'm Daisy Ja Aber wir haben alle Standards Gehen, wie langweilig Standardskill Deine Mutter Könnt ihr vielleicht nicht auf mich gehen? Ich bin jetzt Also 69% Eben Ich bin auf 69% Jetzt muss ich auf Christian Scheiße Das wollte ich nicht Jetzt muss ich auf Christian Das nächste, was du machst Ist mich treffen Wie? Au Lutsch doch meine Pyrietten Tentaklen Was? Bist du Japaner oder was? Fast Ich hab ehrlich gesagt gedacht Bowser F-Smash Gegen so Smash Schalk tötet auf Null Aua Bei Bowser tötet leider nichts Auf Null Hä? Also bei Shieldbreak Der Charged F-Smash Der kann dann schon Easy mal auf Null Shieldbreak Schon Aber sonst Solange das Licht Komplett auflädst Tötet einfach nichts Auf Null Ja Geile Combo Alter Ich hab ihm eine Bratwurstschelle Gedönert Was ist eine Bratwurstschelle? Eine Schelle mit einer Bratwurst Achso Ist doch klar, Noah Ich brate gleich mal deine Wurst Nein Oh, ich dachte Ich wäre tot Ich bin auf Speed Nein Oh, ich bin reingenommen Oh Au Ich gewinn das noch Nimm keine Drogen, Leute Es tötet Nimm keine Drogen Oder werdet von Bowser S-Smash getötet Das ist mal Effektive Anti-Drogen-Werbung Nehmt keine Drogen Sonst kommt Eine fette Schildkröze Und tritt euch Die Eier blutig Das wird Zitat Da müssen wir auch noch Diesen einen Clip Von vorhin schicken Meinst du Ferkenschwanz? Nein Das mit den Seidenbacher Bergsteiger Da müssen wir Deine Mutter schicken Die dumme Sau Seht ihr eigentlich Das Comeback schon kommen? Äh, nö Hitbox Hitler In der Box Was? Was? So eine Überraschungsbox Von Ebay Und dann ist einfach Der Adolf drin Ja Ja, wunderschöne Letzte Worte Fürs Video Tschüss Tschüss Tschüss